Ah, ne, der geht auch raus. Mein Gott. Die wollen mich doch gerade alle verscheißern hier. Ich weiß nicht, ob ich hier rein kann. Doch, okay. So. So, das war schon mal der erste. Zapp, zapp, zapp. Dann laufen wir mal weiter. Machen wir gleich die zweite Flasche. Deswegen sollte man sich sein Giftserum immer aufbewahren, wenn man solche zusätzlichen Dinge tun möchte. So, die dritte, die zweite Pulle war nämlich, glaube ich, irgendwie da, ne, die waren noch nicht hier drüben. Das ist nämlich lustig, so erkennt man das, glaube ich, gar nicht. Da, wenn ihr jetzt hinguckt, seht ihr es. Jetzt ist es klar und deutlich zu sehen. Die Flasche steht, oh, wie schlimm. Ähm, und wie nicht sehbar direkt neben dem kleinen Engelchen. So, jetzt nimmt der her sich gleich einen Schluck. Mein Gott, die laufen immer wie Omas. Also, Entschuldigung. Oder wie Rentner. Laufen immer extrem langsam. Und ich merke gerade, meine Tastatur ist ein bisschen, äh, fettig. Da müsste ich gegen mal was tun. So, jetzt stellt er sie gleich wieder hin. Guckt auch noch links und rechts, dass keiner es sieht. Ich stehe ja nur hier. Als, äh, Pflegepersonal. Ich glaube, die Wache hat auch gerade ein bisschen irgendwas im Hintern. Der könnte mal langsam loslaufen. Äh, natürlich wird man wieder gestört, weil da jemand eine Raucherpause macht und dann noch jemand rumläuft. Ja. Halleluja, ist das alles verwaschen. Oder sind das, ach, ne, das sind ja gar nicht mal richtige Texturen da hinten. Ja, okay. So, dann gehen Sie jetzt bitte weiter. Ich muss meine Arbeit erledigen. Ja, okay, das Wasser bewegt sich nicht wirklich mit. Schade eigentlich. So, es könnte sich nur noch echt etwa um ein, zwei Minuten handeln, wenn die Frau, wenn die Dame so lange braucht. Ah, sie geht. So, wir warten dann natürlich, bis die Leute nicht mehr, bis man uns nicht mehr sieht. Ah, den ersten haben wir schon getötet. Laut dem, so. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die läuft da so lange, dass die uns auch sehen würde. Obwohl, wir machen mal eben schnell. Dass er sich dafür auch hinstellen muss. So, damit wäre die zweite Flasche präpariert. Müssen wir jetzt hier lang? Ich bin mir nicht sicher. Dürfen wir überhaupt hier lang? Ja, oder? So, wie kam ich denn jetzt nochmal zum dritten? Der war auf jeden Fall irgendwo nach oben. Können wir mal da lang? Ach, ist dann immer nervig, wenn man das manchmal vergisst. Okay, scheinen hier irgendwie richtig zu sein. So, da, habt ihr gesehen? Da ist der erste schon tot. Da mussten wir irgendwo durch ins... Ist das eine Leiche? Nein, nein, da war keine Leiche. Du glaubst das nur. Ah, guck mal, wie ihr seht, könnte man das damit auch machen. Aber, das wäre deutlich zu laut. Es würde viel zu viel Aufmerksamkeit erringen, was die Leiche ja ohnehin schon tut. Ich glaube, wir sind jetzt im zweiten Stück. Ja, da. Also, wie ihr seht, sind wir schon mal richtig. Dieser Typ da drüben muss da weggehen, damit ich da reinkomme und den Ofen präparieren kann. Was man nicht alles macht, um perfekt zu spielen. Ah, ich muss weg hier, sonst redet er... Entschuldigung. Sonst spricht er mich an und an und dann läuft er nämlich nicht weiter, der Affe. Die tun aber auch extra so auf krank. Jetzt kommt er bestimmt auch extra zu mir und labert mich zu. Haben Sie einen der Ärzte gesehen? Ich wusste, dass das kommt. Ich habe jetzt eigentlich meine Sitzung. Aber es ist niemand da. Komm, geh noch mal rauchen. Das ist nämlich auch so, das ist genauso wie in der Opa-Mission. Unsere gut bezahlten Wachen gehen nämlich gerne mal zu oft Pause machen. Weshalb Agent 47 auch immer seine Mission geregelt bekommt. So, dann hoffen wir mal, dass er sich jetzt schön umdreht und noch mal eine raucht. Na, geht doch. So, taub ist er nämlich auch noch. Gehen wir ihm hier rein. Oh Mann, er hört das schon. Das wird gleich ein Spaß. So. Entschuldigung. Haben wir jetzt das Gas präpariert? Manchmal glaube ich, ich bin echt blind. Ich bin hier doch hochgelaufen. Ach, egal. So. Tape haben wir auch mitgenommen. Hier war jetzt der Pausenraum oder sowas, ne? Ach, ne. Haben wir eben ein paar Pistolen versteckt. Komm, steck die TMP ein. So, und dann würde ich eigentlich schon... Würde ich sagen, verlassen wir das ganze Ding mal hier, ne? Ach, ich muss ja jetzt nicht ernsthaft... Ne, genau. Wir gehen durch die... Ähm, hier hinten durch die Klinik raus. Warum liegt da Blut? Ach, hier oben war noch gar keiner. Auch nicht schlecht. Ja, dann schläft er halt ein bisschen weiter. So, dann gehen wir hier rüber. Ja, dann... Ab nach unten. Ich nehme jetzt nicht meinen Anzug mit, weil ich komme ja in meinem Anzug. Einfach nicht da unten in die Leichenhalle rein. Das ist sowieso super. Ich renne einfach gleich rein, verstecke mich an der Seite und der verfolgt mich nicht mehr. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Schlüssel mitgenommen. Ich komme hier nämlich auf einmal doch rein. Oder die waren... Ach, ne, klar. Die waren schneller hier als ich. Die Musik hört sich gerade an, als wir in der... Komm, mach schneller. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und... Fertig. So, was haben wir denn da? Okay, meine Tarnung ist einmal aufgeflogen. Blöd. Einen Kill habe ich selber getätigt. Äh... Hä? Ich habe den doch K.O. geschlagen. Das ist doch kein Kill. Hm. Ja, eine Leiche hat man gefunden. Eigentlich... Ach, ich hätte warten sollen, ich Trottel. Weil es sind hier mittlerweile drei Leichen. Egal. Also Lärm. Ja. Passt schon. Wörtung Profi. Hm, hm. 5.000 wegen Anzugbergen. Ja, komm, wir wollen ja hier keine... Kein Bekanntheitsgrad. Dann gucken wir mal rein. Was sagt denn die Zeitung? Ja, Profi zugesucht. Auftragsmod. Hm, 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 hm. Zeuge bezeichnen den Täter als Chamäleon. Ja, ja, ja. Wir haben keinerlei Hinweise, wie ich aussehen könnte. Gehen aber natürlich wieder von meiner männlichen Täter aus. Ja, das war es eigentlich. Ist eine Entzugsklinik. Ja, und überall saufen sie Alkohol. Ist doch geil. Ja, ich glaube, wir können jetzt einfach weitermachen. Ich weiß jetzt nicht... Also, ich möchte jetzt nicht alles wegdrücken, weil das ist ja ein bisschen blöd für euch. Aber ehrlich gesagt möchte ich auch nicht hier bald 10 Minuten Let's Play machen, nur mit Abschnitt. Äh, mit dem Text am Ende. Mit dem Zeitungsartikel. Ich kann den kurz so stehen lassen, dann könnt ihr es ein bisschen lesen. Ja, aber mehr müsstet ihr im Grunde nicht wissen. Ja, dann machen wir mal weiter im Text. Speichern das Ganze. Und sehen uns dann in Teil 8 zu einer neuen Mission. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020